Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von Ari und Charles, ich begrüße euch zu einem weiteren Ostragon Rätselguide und zwar diesmal Buchtaufzeichnungen. Wir gucken uns wie wir gleich mal den Auftrag an, hier Buchtaufzeichnungen, wo findet ihr dieses Rätsel und zwar zeige ich euch zuerst auf der Karte, wenn wir in der Karte gucken und zwar wir sind in Megaris unterwegs, das heißt mittig. Das Rätsel selbst findet ihr und zwar hier im Tal von König Lelex und zwar hier im Haus des Anführers, hier findet ihr dieses Ostragon Rätsel und wenn ihr das Rätsel angenommen habt, müsst ihr nach links und zwar hier in dieses Geranaya Gebirge. Hier müsst ihr aufpassen, hier ist diese Festung, hier müsst ihr rundherum gehen, um hierher zu gelangen und zwar bin ich jetzt in diesem See, hier müsst ihr einfach Asche halten und zwar hier sind so schwimmende Sachen. Und hier taucht ihr einfach nach unten. Hier habt ihr dann noch eine Kiste, die könnt ihr noch aufmachen und hier bei diesen versenkten Steingebilde, Holzgebilde, was es sein soll, hier einfach interagieren und wir haben die neue Gravur plus 2% Schaden mit Sperren und Stäben freigeschaltet. Ja, somit ich hoffe, dieser Kurzguide hilft euch wie immer weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Und dann oficialde ich mich um Kommentare, das이면 es FP determined, ich gehe wie auf ein paar H혀f, bis zum nächsten Mal. UNTERTIT 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 Vielen Dank.